Das Frühstück im Huxleys in Berlin, das war der Oberhammer. Da gab es alles und Luftpresse, Saft und du konntest eine ganze Ananas nehmen und einfach reinwerfen. Und da hat es dann geilste, die geilsten Scheißen, alle Keller gesammelt. Das war Hammer. Das Beste? Das Beste? Schwierig gibt es einige, aber meistens die grösseren Festivals und gute Promoter, aber heute war auch gut. Das Beste Catering, wie ich wüsste war. 1.16, ob du in der Ausstattung bist. Ja, das ist schon etwas Speziens, aber dort ist halt nicht nur regelmäßig Caterings in der Schweiz. Ja, das ist auch Spisch. Ja, das ist allgerecht. Aber ich habe jetzt zum Beispiel noch einen Schleuch von der Rille gehabt. Ja. Ja, wohin, da hat es gut gemacht. Ja, das stimmt. Selber gekocht. Ja, super, das ist echt super. Ich finde es geil, wenn die Leute für uns gekocht haben. Ja, also, der gekocht. Mhm. Und es war alles, was gemacht ist. Kann man fast daneben stehen. Ja. Wie spürt es? Es war in Milan, Italien. Und wir haben eine Hockey-Arena gespielt und eine Deconstruction-Tour in 2005, ich glaube. Und wir haben gedacht, dass sie Chefs in bringen, weil das Essen so unglaublich war. Und es war einfach nur die Zamboni-Drivers, die in den Tag auf dem Tag kommen und für uns gekocht hatten. Also, sie waren nicht wirklich glücklich, aber es war großartig. Das Beste, das war vor zwei Tagen in Regensburg. Ich habe so vegan essen. Das war richtig gut. Also, empfehlenswert. Aber ich weiß noch nicht genau, was alles drin war. Bier, Kokos, Nuss, Alana, das war echt lecker. Kann ich mir empfehlen. Ja, das ist die richtige Frage für den richtigen Mann. Ja. Ja. Wir haben viel gut gut Katering gemacht. Aber das ist eine sehr schwierige Frage. Es ist nicht wirklich schwierig. Es ist eine sehr schwierige Frage. Es ist eine sehr schwierige Frage. Es ist eine sehr schwierige Frage. Ich weiß nicht die Frage. Wenn ich die Frage hätte, dann könnte ich nur sagen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir hatten ein Hotdog gestern. Aber wir waren schon bei der Show. Ich glaube nicht. Wir haben heute Abend. Aber das war nicht. Bis zum Ende. Zeit würde ich vor auch kurzem Zeit und vielleicht irgendwo in Italien. And what about Belgium? Ich glaube nicht. Ich habe das fucking slap-up meal in Belgium. Das war ja auch. Die Pits? Ja. Ja, das war Justin's. Oh, Justin's. Oh, yeah, yeah. That was brilliant, like homemade falafel and shit. North Germany as well, Nordenheim. Oh, wow, too, yeah. I'm hungry. We could talk about food for a while. I think the interview's over. Oh, um... The vegan chili last night was really good. Um... Any free food. Ehm... Das war... Eine Pizza, die bestellt wurde. Wo? Keine Namen. Keine Namen, oder? Was Sie mich gefragt jetzt, ich hätte gesagt, beim Kameran da unten, Pfeffersteak und 5 Caperinien. Me, also Italy. Essentially, like a 5-course. Italy, or like we played near Bordeaux, in the country side of France. And it was like, it was meals we'd never be able to afford. It was essentially like the meal you eat once in your life at someone else's wedding. That's the kind of food they played for us, they made for us before we played the punk show. Courses and courses. Vegetarian, vegan entrees, pasta, soups, amazing stuff like stroganoff made with texture, vegetable, protein. We also got, you know, it was like a chance to be vegan, but also to enjoy the traditional food culture of those places. You know, and so the meat substitutes, the dairy substitutes, everything had the right sensual consistency. So, yeah. But we've had incredible vegetarian goulash, and hunger, you know, spicy, and like, you know, traditional goulash, but you know, with soya, and like, usually we get a really good, because some kind of punk stew or rice everywhere we go. So, it's a pleasure. I eat so good on tour. You wouldn't believe it. It's here. At PMK. Vielleicht in Steyer in Bröder. Die Messlatte liegt sehr hoch. In Bröder in Steyer, ein Curry von Gemüse mit Hühnerstreifen, mit Kokosnuss Soße und grünem Thai Curry an Basmati-Reis. Ja, war gut. War sehr gut. Und wir haben uns jetzt nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen Pulpa-Fest werde. Weil ich habe dann nach gerade Essen angefangen, wie du mit dem Interview gekommen bist. Japan. Und Unni. Also Unni ist See-Igel. Das war die Falsche mit Itzoko-Jo. So ein Pfeffer, Lumetten, Zitronen, Gingsch, typartiges Ding. Dann gab's noch Nabe. Und hohes Pferdefleisch. Sicher. Hohes Hühnerfleisch mit was Abi. Und als Abschluss Udon. und dann hab's noch einen Abschluss Udon. in den Abschluss Udon. Vielen Dank.